Und so wird es weiter... Es müsste heute Mittwoch sein... Ja! Geil! Oh man... Ja, jetzt ruhig deinen Eisenschwanz ein, deine Eisenklaue. Das macht mir ja auch nichts. Ist echt nicht viel zu holen. Ah, okay. Giftschweif und Giftstachel. So. So. Einfach nicht aufhören zu kämpfen, immer weitermachen. Dadurch hat sich keiner hoch. Der hält aber auch viel aus der Bohra. Das ist ja... Äh... Widerlichst. Gut, schalten wir erst den da oben aus. Es war wieder klar, dass wir wenigstens, äh, mindestens einmal getroffen werden, oder? Ja, oder? Boom. Okay. So. Boah. Aber... Ach, come on, ey. Ich wollte ausweichen. Ich habe sogar ausweichen gedrückt gehabt, ne? Es hat mal wieder nicht reagiert. Es hat mal wieder nicht reagiert. Und der scheiß Fernseher will sich wieder von alleine ausschalten. Nein! Das geht mir langens mal auf den Sack. Der Fernseher fragt alle drei Stunden, ob er sich selbst ausschalten soll. Oh, komm! Neck! Mach mich nicht schwach, Neck! Klatsch ihn doch weg! Oh, nicht schon mal dieses Scheiß. Scheißgestein. Puh. Entschuldigt. So. War nett, euch kennenzulernen, aber... Nein. Ich glaube, der hat nicht ganz gefunkt. Oh, es gibt ja ja. Das ist echt anstrengend. Anstrengend im Sinne von nervig. Was macht doch Spaß? Okay, einfach nur Verlangsamung. Ah, ist da! Wer hat nämlich getroffen? Weißt, ich habe zugeschlagen gehabt. Ich könnte mich stundenlang über dieses Spiel aufregen hier. Ja. 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 Das hier erinnert mich gerade wieder an Ark, an Island Map. Ah, schon besser. Wir können uns wieder verständigen. Diese Flugabwehrkanonen haben uns erwischt. Neck, du musst sie zerstören. Sonst kommen wir ihnen weg. Okay. Sehr schön Ark-artig hier. Ja. Ich guck nochmal da drüben, ob da hinten was ist. Gibt es bei Ark auch so ne Schlammgruben, wo man dann langsamer ist? Wenn ja, ist das cool. Wenn nein, muss es das unbedingt noch geben. Alles klar, gehen wir erst hier lang. Also ich gehe davon aus, ich habe wieder alle drei Wege gehen können. So. Mal kurz gucken hier. Wir sollen so viele Relikte mitnehmen, wie wir können. Dann machen wir das doch einfach mal. Mal kurz gucken. Oder? Jaa. Ich bin gleich da, Leute. Wiedersehen. Hey, Wiedersehen, hab ich gesagt. Ich denke mal, da verlieren wir Leben. Und ich liebe es, wenn wir die mit einem Schlag zerstören. Alles klar, was auch immer da gerade hochging. BAMS. So. So. Eure Tricks kenn ich so langsam schon ein bisschen. Tut mir ja leid, dass ich nicht immer auf eure Tricks reinfalle. Das war Nr. 2. Das war's. So, ich werde das in. BAM. Vorher gucke ich mich natürlich um. Ich muss hier irgendwo noch Relikte finden. Oh nein. Vielleicht da drüben. Um. So. Easy. Hey, Doktor. Sehen Sie sich die Wache an. Ja, sehr faszinierend. Die Kobolde haben was gebaut. Eine Alternativ-Schnittstelle zur Neuralmatrix. Sie haben jetzt die Kontrolle. Äh, ja. Das auch. Aber haben Sie den Riesenberg Relikte gesehen, den sie bei sich trägt? Ich sollte groß werden, oder? Wenn ich diese Relikte kriege, werde ich richtig groß. Alles klar. Na gut, das haben wir dann wohl in der nächsten Folge sehen. Von daher. Ciao.